Hallo und willkommen zurück, wir sind richtig, ich bin der Linke, der Spürhund, wir testen einen neuen Charakter, den hatten wir in der Saison 7 oder 8 als Großmeister bei Battle Royale freigelegt. Jetzt landen auf der Solar, wie auch immer, steht hier, Sonar anwenden, macht Sinn, Sonar, drücken, 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 drücken. Und wir haben schon Gegner, wir haben keine Kommunikation zu Amex, ok, es sind 2, dann muss, ok, einer hat sich versteckt. Aber wie der Schottkrank ist das richtig? Ja. Omar 0.9. Nein. 9.0. 9.0. So. Warten wir mal Amex, wenn er Lust hat. Na komm. Jetzt. Ja, die Stimme ist natürlich auch anders. Man hört es. Ungewohnt. Okay, Schottkrank wäre ich hier falsch. Ist wahrscheinlich weiter. Jawohl, weiter durch die Tür gelaufen. Reingehen werden wir nicht. Das ist Selbstmord. Und da sitzt er schon. Und wir können ihn nicht anschießen durchs Fenster. Da müssen wir halt einen anderen Weg finden. Zum Beispiel Amex rufen. Okay, die müssen hier irgendwo in der Ecke sein. Zuhören. Oh, Artillerisch 3. Okay. Und rein. Jawohl. So. Nee, hier nicht. Piper 90. Entschuldigung. Ja, nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Beide MPs. Gut. Rucksack. Komm. Sammle ein. Rucksack. Und Reichweite. Ja, warte mal. Wie viel waren es? Zwei, gell? Zwei. Ja, das heißt, müssten noch mal zwei sein. Wenn man von Teufel spricht. Ja. Voll in den Bauch. Wir hatten Schutz. Der konnte, der hat uns ein bisschen erwischt, aber konnte nicht durch den Container durchschießen. So. Ja, okay. Ja, so sollte man eigentlich die Sachen immer einsammeln. Wir suchen uns Gegner und dann auch geht's. Aber ich schau mal. Der vierte. Vielleicht hat eigentlich schon jemanden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also es müsste noch irgendwo hier ein vierter rumlaufen. Okay, es kann auch sein, dass drei Leute landen. Also drei Team. Das geht auch. Oh, Rucksack. BWD. Hier. Ich nehme mal die Cluster. Ja. Hier. Mehr Munition für die MPs. Ich mache mal einfach mal, weil ich irgendwelche Geräusche höre. Es kann sein, dass es MX rumläuft. Also, ich mache einfach mal dort einen der. Ähm. Ja. Ich schaffe der Redis-Trikt damit. Wenn der vierte ankommen sollte, dann theoretisch würden wir sehen, dass er angeschossen wird. Schrott. Schrott. Leichte Redis-Triktion. Ja, wir nehmen mal mit. Ich habe mal eine Situation, wo man halt immer was braucht. Also wir schnappen uns alles. Komisch ist gelb. Aber ich habe jetzt noch nichts gefunden, was überhaupt uns, ähm, was bringt. Also wir haben graue, okay, ein paar blaue. Ein paar violette Aufsätze. Aber so richtig. So, Medizion für MX. Oh, hier ist er. Ich habe festgestellt, die Aufnahmen haben sich ein bisschen verschlechtert. Ähm, es ruckelt auch, es lädt nicht so arg gut. Ich denke mal, vielleicht liegt es auch wirklich mal bei mir am Telefon. Ich hoffe, das sieht man dann bei YouTube nicht so arg, dass es die Qualität dann nachlässt. Naja. So, AK. Da schnappen wir uns. Switch Blade. Äh, da habe ich einen tollen Skin freigeschaltet. Ich werde, glaube ich, dann auch noch, ähm, entweder habe ich schon aufgenommen. Es war in Ordnung, das Spiel. Mir entweder interessant, äh, da ist so eine Art Dämon, Dämon, äh, Kopf drauf. Aber das zeige ich euch mal. Nichts. Komm, 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 komm. Wir brauchen, wir brauchen Gegner. Ganz, ganz dringend. Da hin. Okay, da sind wir. Hm. Okay. Wir bewegen uns Richtung Baustelle. Da gibt es auch, äh, den Upgrade. Also, wir wollen jetzt den Upgrade haben. Und, was? Was ist das? Okay. Alpha Wand. Ups. Ey. Lady, Lady, Lady. Da vorne gibt es auch noch Airdrop. Das ist super. Klasse. LKW. Können wir auch. Können wir auch mal alles mitnehmen. Alles wegfahren. Hier, alles steht hier falsch. Alle kriegen jetzt ein Strafticket. Dichtung Airdrop. MX, komm, komm, komm. Und der steigt meistens, ja, in die, als Ladung ein. Dann das switchen wir. Okay, alles klar. So viel kann es nachvollziehen. Ich will einfach nur schneller Gegner finden. Wir sollten ein paar Container anfahren. Vielleicht gibt es gleich dann auch noch schöne Waffe. Oh, Artic, schau mal für dich. Ich hoffe, der sieht es. Artic, mystic. Hat er mitgenommen. Streuern, brauche ich nichts. Oder doch. Nein. So, wir holen uns doch den Container vor dem Schiff. Na, jetzt komm. Ja, das ist blöd. Da kann man nicht sagen. Aber man kann hupen ohne Ende. Ey, Max. Auf geht's. So. Komisch. 46 Spieler und wir haben jetzt bisher drei gesehen. Seltsam. Es wird auch nicht, dass auch K9-Einheit hat. Okay, kann ich nicht lesen. Wir sind irgendwelche komischen Namen. Gefressen. Ja, 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 doch. Es gibt schon ein paar. So, dann machen wir mal einen Sprung, oder? Und bumm. Also, die Insel macht es ein bisschen leichter, dass wir die Sachen bekommen. Moment. Moment. Entschuldigung. Hier die AK. Ja, ich habe auch gesehen, man kann die Waffe auch umbenennen. Ab einem gewissen Level, man kann auch die Waffe hochleveln, also nicht die Aufsätze. So eine vierte Waffe, das müssen wir langsam mal schwimmen, das kostet uns ein bisschen Zeit, aber trotzdem. Also, also, man kann den Namen dann auch ändern, einmal ist kostenlos und die nächsten Male sind dann schon zu zahlen. Jawohl, ich habe es gesehen. Ich komme gleich zu dir. Ja, das sollte man, das sollte man mal benutzen. Also, ich vielleicht mache ich mir wirklich so Grundausstattung. Ich versuche immer wieder nochmal was anzupassen. eben, weil die, 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 die Updates immer wieder rauskommen und können wir tauschen. Äh, immer die Updates kommen, das können wir auch tauschen. Genau, schneller ziehen, aber dafür mehr Munition. Ähm, und es gibt auch nicht, äh, dieselben Waffen wie in den Saisons für die Battle Royale. Ja, von MX-20, ich verliere keine Zeit. Schauen wir mal, wohin das war. Ähm, und da gibt es halt, ja, spannende Erneuerungen. Ähm, aktuell läuft jetzt Halloween. Das heißt, es gibt da auch ein spezielle, niemand, schau niemand da, äh, spezielle Mystik-Waffen sogar freizuschalten. Und die, äh, kann man dann durch die Anmeldung, durch tägliche Anmeldung, oh, Magazinerweiterung. So, wir sind aktuell, legendär. Also, wir haben jetzt alles, was, ähm, legendär ist, an Aussätzen. Ja, dahin. Zu den Häusern. Moment, ich muss mal schnell überlegen. Oder wie... Vielleicht Sonaranlage. Also, wir fliegen wahrscheinlich zurück. Ja, weil das wäre dann der, ja, ein bisschen Abschnitt da hoch. Die brauche ich nicht. Kannst du mitnehmen. Jawohl, komm. So, der Berg. Das ist A und O. Aber wenn da niemand ist, alles ruckelt so. Nee. Start. Nee, dann flicken wir ein bisschen außen rum. Weil wir um sechs sind, also, wenn das... Wir, 24 Spieler müssten noch im Spiel sein. Aber ich sehe keinen einzigen. Schade. Noch mal Baustelle. Ob sie dann noch was rührt. So. Wir zeigen uns... Nee. Keine Chance. Ist niemand da. Hier noch. Darf irgendwo drin. Niemand läuft rum. Nee. Also, 21 Spieler. Vorbeschrauben. Also, wir sind noch bei drei Kurs. Da unten. Ausgezeichnet. Komm. In den Kopf. Bam. So. Ich komm. Ich komm. Ja. Sieg zu Schuss. Das ist richtig gut. Und... Air Strike. Der tut... Ähm... Der tut Amex überhaupt nichts. Also, kein Friendly Fire. So. Oh, da ist einer. Okay, das... Ich hab gedacht, da ist einer gelandet. Aber das war dieser Clown. Da oben sind sie. Oh, wir werden gesnipert. Okay. Ja, dann muss man weg. Aber zumindest... Oh, oh. Okay. Ich wär schon tot. Aber... Konik Kedi... Ist ein Bot. Ja, das ist so... Die tauchen einfach... Oh. AK-117. Okay. AK-117. In Gold. Nee. In Gelb. Schön. Also, das gibt's ja so im Spiel nicht. Vielleicht sollte ich mir auch eine modifizieren. Ich hatte's schon mal. Vielleicht hab ich noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir machen mal... Wir ziehen uns... zurück. Oder wir rücken ab. Eher gesagt. Clown. Jo. Äh... Nervensäge. Okay. Okay. Das gibt's nicht. Rain Kiwi. Ja. Amex, wir holen dich. Also, einer... Der Clown hat es gelegen. Das heißt, der andere hat ihm geholfen. Er hatte diese Fähigkeit... ...dass er Hypnose verursacht. Und dann sehen wir irgendwelche Spieler... Ja, ja. Die sind da. Ach. Weißt du was, Amex? Ich nehm das hier. Ich geb dir Deckung. Jawohl. 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 So, das war der Clown. Wo ist der Rest? Im Schützenfest. Ich hör immer irgendwelche Schritte... ...aber ich weiß nicht, woher. Also, von oben wurden wir mal... ...noch anvisiert, aber... ...hier? Komm schon. Ja, okay. Immer ein paar Schritte zurücklaufen. Vielleicht finden wir noch irgendwas... ...schönes, obwohl wir eigentlich schon komplett ausgestattet sind. Ja, das können wir mal auszaubern. KRM... ...ist für mich das A und O. Und da ist einer. Oder? Hab ich das gesehen? Ja, doch. Ja, da oben. Ähm, wo kam der her? Oh, 7, 0, 7. Jetzt noch einer. Wow, 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 wow. Amex? Ähm... Keine Ahnung. Killer Boy. 1994. Jo. Ihn hat dasselbe Schicksal erreicht... ...wie sein Name. Also... ...wir sind hier viel zu offen... ...aber da oben wird geschossen. Ah, es gibt nur noch einen Spieler. Okay, das Spiel ist gleich um. So. Fame List. Okay, wollte gerade... Also ich schmeiß einfach Granaten... ...damit Amex sieht, ob da jemand durchläuft. Da läuft jemand. Da läuft jemand. Jo. Direktor Wang. Vielen Dank... ...und bis dann.